Hier ist euer Antti und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und zwar möchte ich euch über das Video informieren, was ich gestern hochgeladen habe, ein 20 Minuten langes Commentary, wo ich euch über den Videomarathon nächstes Wochenende informiere und zwar kommt dazu die Open Lobby am Freitag und den Livestream am Samstag und noch ein kleines Special am Sonntag, aber alle Informationen, alle näheren Informationen kriegt ihr in diesem 20 Minuten Commentary. Ich kann verstehen, dass einige von euch dieses Commentary vielleicht nicht gesehen haben, weil es erst sehr spät hochgeladen worden ist, irgendwas um Mitternacht, dann hat vielleicht auch die Subbox gefällt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn dieses Video sehr viele Views bekommt und dass so viele Abonnenten wie möglich über alles Bescheid wissen in diesem Videomarathon, unter anderem, weil ich beim FAQ-Livestream am Samstag wirklich darauf angewiesen bin, dass ihr mir eure Fragen schickt. Und in diesem Commentary werde ich euch die E-Mail-Adresse nennen und den Betreff, den ihr braucht, um mir eine E-Mail-Nachricht mit euren Fragen zu senden. Das können auch mehr als eine Frage sein. Aber wie gesagt, um genau die näheren Informationen zu allen Events, Open Lobby, Livestream und so weiter zu haben, solltet ihr dieses Video gucken. Und es wäre schön, wenn alle meine aktiven Abonnenten mir dann auch Fragen einschicken, weil ich bin darauf angewiesen, dass ihr mir Fragen schickt und ansonsten kann ich den Livestream eigentlich so gut wie vergessen. Und deshalb, ja, bitte, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, es hat bisher 42 Views bei dem Stand, den ich jetzt gerade habe um 11.23 Uhr und das kann einfach eigentlich nicht sein, weil ich immer über 100 Views in den ersten zwei Stunden bekomme von meinem Video. Klar, ich weiß, dass das Video erst um Mitternacht online war und über Nacht nicht besonders viele Views dazukommt, aber es wäre schön, jeder, der das Video noch nicht gesehen hat, bitte klickt auf den Link, den ihr jetzt vor euch seht als Annotation und bitte schickt mir fleißig Fragen ein, damit der Livestream auch funktionieren kann nächstes Wochenende. Bis dahin, ich verabschiede mich von euch. Bis dann, euer Antti. Bis dann, ich verabschiede mich von euch.